guten tag liebe freunde es geht wieder los pokémon infinite fusion im nasslock modus mit mir und ich freue mich sehr dass wieder so viele leute eingeschaltet haben hier dabei sind um zu sehen was für neue pokémon ich fusioniere und wie weit ich heute komme nach orania city sind wir gekommen und da wird auch schon gefragt gibt es eine liste von den pokémon die gefallen sind ja hercules und blade wars meine mods die werden wahrscheinlich schon ein kommando dafür gehabt haben ja wahrscheinlich letzte folge schon mitbekommen es ist einiges schief gelaufen aber wir sind gut vorangekommen und jetzt kurz noch eine kleine werbung meinerseits leute mich würde es sehr freuen wenn ihr natürlich auf youtube das ding natürlich auch weiter verfolgt und da vielleicht ein follow hinterlas oder ich glaube das ist sogar ein sub ja ein like hinterlas ein kommentar schreibt damit mein vod channel nach wächst und weiter größer wird damit vielleicht mehr solcher sachen passieren mal schauen ich will ja auch irgendwie hier alles ein bisschen ausbauen genau wir sind nicht hey arnolds zimmer das ist heute mal was anderes ich habe gedacht was atmosphärisches band ist und da sind wir denn hier gelandet wir sind in hyrule richtig ich habe einen schönen background ich habe einen loop rausgesucht der irgendwie dazu passt irgendwie was grün gras wald habe keine ahnung wenn ihr die idee habt für einen coolen background sagt mir bescheid schreibt mir einfach ne ad pixel wird auf twitter instagram könnt ihr mich finden ihr könnt mich auch im forum anschreiben direkt ne es gibt ja wir nutzen ja nicht das forum für private sachen aber ihr könnt mich da direkt anschreiben oder joint meinem disco channel ausrufezeichen discord da könnt ihr das alles machen trotz hass werbung trotz abo ja ich glaube das ist bei twitch schon lange nicht mehr so dass man immer noch werbung hat obwohl man dann ein sub hier hinterlassen hat genau vielen dank für die ganzen follows die bereits reingekommen sind und ich muss feststellen leider ihr seid heiß auf dieses let's play ihr seid super mega hot auf dieses ding weshalb ich dann auch eigentlich sofort anfangen würde wenn ich nicht noch eine kleinigkeit hätte und zwar geht es darum mich haben einige leute angeschrieben wegen custom sprites ob ich die benutzen soll oder nicht ich finde die custom sprites die mir jetzt geschickt wurden nicht schlecht aber die sind nicht hässlich wie die pokémon die ich erstelle der ich erschaffe deswegen würde ich euch gerne fragen wie steht ihr dazu wollt ihr dass ich es mit custom sprites spiele oder wollt das wollt ihr dass ich normal spiele weil ich habe hier zum beispiel aus dem rock dieses community aus dem forum hat mir jemand geschrieben soto hat mir ein sprites geschickt und ich finde tatsächlich schön aber die sind zu schön und ich habe angst dass die naja wie soll ich sagen wenn ich es verbocke dass die pokémon drauf gehen ich zeige euch mal welche wird auch mal gezeigt wird gleich haben wir gleich haben wir gleich was wäre ein wird stream wenn alles funktionieren würde haben wir es doch das wäre zum beispiel eine mischung aus einem wollte er aus einem am faros und garados finde ich es sieht okay aus es sieht schick aus absolut kein widerspruch aber es ist nicht hässlich Alternative wäre noch das finde ich auch sehr schick fusion zwischen ein toggetick und einem schillock aber sie zu schön aus ich glaubt gerade bei pokémon infinite fusion ist ja das bizarre dass sie alle so hässlich aussehen oder genau es sieht es viel zu schick aus naja aber ihr könnt ja darüber diskutieren ihr könnt ihr vielleicht eine umfrage machen oder hier dann können wir gucken wie das dann aussieht aber bevor wir weiter schnacken würde ich sagen wir gehen jetzt einfach direkt ins game oder noch ins game und so da haben wir es so chat ist bei mir an der seite weiße schrift auf weißem hintergrund ist natürlich sehr schlecht hier ich habe sie irgendwie anders ausgedacht ich habe es mir anders ich habe es mir anders vorgestellt dann machen wir es so muss es so aussehen werde ich an der chat box noch arbeiten muss ich vielleicht mal dunkel modus einzustellen oder ich kann von der chat box in modus einstellen leidemode einstellen leidemode einstellen box dann machen wir es box dann passt das doch perfekt oder ja alles ja was oh gott es tut mir leid dass ich jetzt gerade noch ein bisschen einstelle aber das gehört dazu das ist das passiert wenn man live dabei ist dann passieren live sachen hier in dem fall so momentan live hat dann timecode reinhauen wann wann es dann richtig los geht aber und dann haben wir es und dann lege ich los ja so sieht gut aus so die sendung ist kein wiederholung es ist live es geht los leute infinite fusion guten tag guten tag wir sind in holy shit was ist das denn schlimm aus ich habe auch in die neue version runtergeladen wie erst gesagt die version 4 5 4 4.5.10 deswegen sind die sprites hier auch so aus ich habe vier pokémon im team das ist nicht viel weil ich die fusioniert habe wir haben kappawolt frisch fusioniert hallo egal ein schnittchen ja wenn wir schon bald bei schnittchen sind ich habe keine milchschnitte aber ich habe natürlich ein kinder pinguin am start und natürlich mal malztrunk das gehört dazu es ist ein kappawolt es sieht so aus als würde es leiden tötest bevor es eier liegt ich will dass es eier ist das sieht traurig aus aber vielleicht sieht es glücklicher aus wenn es sich weiterentwickelt dann haben wir natürlich das pisa schwein es sieht aber mega schlecht gelaunt aus es ist einfach nur traurig und dann haben wir froggie es ist es ist schrecklich quapsel und nato und wir haben ein trostpreis ja das ist noch ein p das noch weiterentwickelt und das weiter fusioniert werden soll das pisa schwein ist müde von der welt ich hole das kurz ah den a reverser das ist gut dann kann ich die den kopf und den körper vertauschen das ist dieses gerät von dem alle immer erzählt haben aber das wollen wir ja nicht das brauchen wir nicht kommen das p müssen wir noch fusionieren oh polris salt ja nein ich bin mir grad nicht sicher was mit welches nein gemeint wurde custom sprites salt ok mehr leute wollen keine custom sprites haben als custom sprites finde ich ok wir haben es jetzt demokratisch entschlossen wir haben wählen lassen und das ist eine eindeutige mehrheit deswegen lassen wir es so blanks und bricks pewter city pewter city war memorial city ne veridia veridia city veridia city veridia city oh ich kenne die englischen namen nicht es tut mir leid dass ich mich da so ein bisschen schwer tue ok vielen lieben dank für den sap ja korrekt stimmt aber ah ja dann habe ich alles veridia 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 vv pewter da machen wir das so ich habe ich habe ich noch ein mauzi ich habe ich noch ein mauzi ich bin fleckmann aber ich habe schon fleckmann oder ich muss mal checken was ich in der box habe so das ist meine loser box das sind meine gefallenen pokémon das ist sehr sehr traurig eigentlich aber wir haben noch die helden box in der helden box haben wir caillou caillou muss ich wieder mitnehmen eigentlich oh guck mal ich habe ein mauzi wollen wir das mauzi eintauschen gegen einen fleckmann fleckmann ist vielleicht gar nicht so schlecht oder kurs ist also nicht sehr viel verpasst ich muss eben noch ein bisschen einstellen hallo 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 das ist wirklich gestorben das ist glaube ich teil einer wir haben hier noch seit hamer hast du schon genug wasser pokémon das stimmt ja das pi das nimm erstmal caillou mit die vogelfrau mit halt das mauzi ja aber ich packe mal pi in die box pi brauche ich nicht ich habe gerade eine große allergie gegen elektrizität weil ich ja der vogel pokémon trainer bin kappa volt das kann gegen elektrizität das kann nicht gegen elektrizität das kommt in die box das brauche ich nicht brauche ich nicht ich habe keine ahnung ob hier wirklich gefallen ob das wirklich gefallen ist ich nehme mal das hier mit das ist gut die elektrizität nehm ich da noch ein pokémon mit lass ich erstmal bei skin das ist auch gut die elektrizität so ihr kennt die regel von pokémon nusslock ne es ist so wenn pokémon bei mir drauf gehen sind sie tot ich darf sie dann nicht mehr benutzen ich darf sie aber noch eintauschen beziehungsweise wenn die fusioniert sind darf ich sie aufteilen und teil der fusion nehmen ähm jetzt wurde mir auch gesagt wenn ich jetzt zum beispiel fusionierte pokémon erhalte dann soll es mir optional offen stehen ob ich sie teile oder nicht weil das pokémon was ich dann jetzt im random encounter erhalte schon fusioniert ist ist ja schon random dann muss ich ja nicht noch mehr random sein indem ich sie nochmal teile und dann nochmal fusioniere das äh ist okay oder maxinger dankeschön Twitch prime abo je nachvoll die unterstützung des kanals ihr könnt mich natürlich auch unterstützen wenn ihr amazon prime besitzt einfach mit twitch kombinieren und dann das ist das aktuelle ziel erreicht sein das ist das aktuelle ziel erreicht sein das ist das aktuelle ziel erreicht sein wenn es zu laut zu leise ist hin und her fusionieren wie ich bock habe ich finde es muss immer irgendwie fusioniert werden weil fusion ist teil des spiels es ist es ist ein sehr wichtiger bestandteil des spiels es ist das kuriose daran man muss so viel fusionieren wie möglich finde ich so gehen wir doch mal aufs bildchen neun n das ruft ja braue ich nicht oder 2000 was die msm kommt nur einmal mehr sterne schauer wer hat er die momental mp teile das ist eine gute frage stern schau trifft immer ich wüsste jetzt nicht wenige stern schau beibringen ich glaube kappa wollte hat den hat im moment das alte sorry ein bisschen das alte wir haben zu wacke frag mich später noch mal das ist jetzt gerade ich da passende zeitung und links steht es da steht ja okay alles klar danke gut ich würde mal sagen kann man wollen brüllt wie ein junger gott aber ich glaube das bieser schwein muss ein bisschen level das muss ein bisschen trainieren wo ist seit hama ich will mal gucken vielleicht trainieren was seit hama okay du spielst weiter nicht etwas veraltet ich spiele jetzt eigentlich die neue version ich habe die neue version runtergeladen das version 4.5.10 es hat keine attacken fällt mir gerade auf es ist ganz schrecklich das pokémon hat keine attacken dann sollte es noch nicht nach vorne gepackt werden aber vielleicht soll ich dem attacken beibringen so wie wäre es mit ein grab das ist glaube ich ganz gut das bringe able immer stein 50 was 80 genauigkeit ausrufezeichen nur naslog nicht naslog modus tut mir leid ich habe es so geschrieben weil naslog modus sind ja zwei verschiedene normen die ich dann eigentlich zusammenpacken wollte also mit bindestrich in kommandos nur ausrufezeichen naslog wenn ihr wissen wollt was es ist da kommt das kommen disco b hallo können wir noch eine pflanzen attacke wäre natürlich nicht schlecht ist eine gift attacke ich habe noch nicht so viele attacken mir aufgefallen na gut ich speichere mal weil ich ja da stand jemand weil das spiel ja angeblich öfter abstürzt steve rock verlernt ja der thomas das hätte ich haben können ich hätte dieses pokémon haben können dieses verdammte pokémon und dann kriege ich dieses hässliche nidoran aber ich hätte nicht hat kappa wollte mal ausprobieren können weil dann gehe ich auch noch mal sicher holt das level 20 aber wollte auch 20 ich glaube die trainer hier generell sind sehr stark aber da habe ich auch den kampfmodus geändert folge danke super portion habe mich die musik ist auch ganz neuner smartes dieser schwein vorne zu haben ich bin mir echt nicht sicher es könnte eine nationale tragödie werden aber die item soll nicht gerente meist was das ist gut exo und top sie oder diese augenbrauen das ist natürlich nicht so gut ich habe aber heute kommen ich habe heute kommen die arme tote pokémon ach komm ey jetzt kommt er mit dem smokescreen an das ist ja ich glaube sollte kappa wollte eine wasserattacke beubringen moin moin hallo herzlich willkommen charge ist stärker ist charge nicht nur ladung das ist ja ich sehe es aber was ist der andere ist der andere pokémon kein es zu kurur schlag ha jetzt ist es paralysiert ach komm cover volt discharge ja könnte sein ich weiß gar nicht was discharge ist aber discharge klingt ganz anders als jetzt charge cover volt liegt vielleicht daran weil ein paar smokescreens abbekommen hat ein paar rauchwolken ja die die grind session für pokémon lastag auf dem sender hat schon bei mir begonnen der kampf geht ewig aber weil du gehst mir nicht drauf die cover volt jetzt fokussiert ich der gentleman okay muss man pokémon heilen wo ist hier ein pokémon wo ist hier ein bett hier das sieht nicht nach dem bett aus das ist mein bett weiter geht's weiter kabine ja ja hey hey oder sieht noch ein doppelkampf aus da packe ich lieber kaiju dazu weiß man ja nie let's go ist alle pokémon lass an alter das ist doppelgift du bist nicht mehr gift pokémon ich habe gar kein das klingt eher wie lass an jeden fall ist so witzig die gift schlange ich habe keine psycho das ist alles effektiv gegen gift ist ein psycho psychos gut gegen gift boden das ist alles effektiv gegen gift ja la vita und abra nur 288 pokémon pokémon aus hause feels like times right da weiß ich nicht mehr okay trotzdem ist es ein wasser pokémon und da weiß ich immer rüber du hast keine wasser attacken deswegen ist caillou dran erlöse es ich erlöse es kümmert sich schon drum absolut er ist der teiler ich muss muss dem einen pokémon erstmal was bei bringen kommen uns ab rein so auf ihr lieben dank für dann ein sap für die unterstützung des kanals es war moment 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 kappa volt kann nicht wasser puls ach es ist drache ist nicht noch ist es elektro wasser ja das kann kein wasser pfölz aquapo kann auch kein wasser puls warum ist natürlich problematisch wenn es keine wasser attacken kann aber der kumpel kann ist und er sollte es definitiv lernen blöckmann haramann warte kurs yawn tackle scratch same same difference des selner seit wann das neue symbole für die pokémon gibt es seitdem ich das spiel gepatcht habe du willst nicht gegen mich kämpfen ok man braucht noch einen neuen namen welches pokémon braucht einen neuen namen naja es ist kein kappador mehr na apa dor im namen weg man nichts denn wenn so ein fleckmann und kennt ihr die person die so ein bisschen fleckmann und paras mäßig drauf ist aul und ein parasit aber fleck ist man ich nenne den ich nenne den klickermann wegen pilz und lassofass und so einer fleckmann manky nein manky heißt nur der böse chat bei dem pokémon nasslock auf rbtv nur der böse chat heißt manky da war alle locker machen der sieht auch böse aus moment soll es heißen ihr seid noch brutaler wenn ihr die menkies die raschaft seit moment du hast dich als captain verkleidet und dein sprite ist ein matrose dank das ist swaggy das ist irgendwie cool weil dieses bieserschwein ist gerade allergisch gegen alle pokémon gegen die ich kämpfe ich habe keine Ich fände immer wieder an, dass ich keine Flugattacke habe. Sieht aus wie ein 80er Jahre Alien. Absolut. Das ist nicht effektiv. Ey, dieser Schwein ist wirklich so ein Pokémon, das mit allen Allergien geboren wurde. Das stimmt. Ist gedopt. Pixi und Trattini? Aber nein, nein, nein. Warte, doch, 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 doch. Habe ich ganz vergessen. Der auch ein Feen-Pokémon. War das die miese Drachenattacke, von der ich immer mich fürchte? Die Drachenwut. Oh, das arme Hundemon, oder? Oder ist es ein Duster? Das arme Ding. Wird einfach mal gleich gecritet. Ja, das war ja Absicht. Drachen sind... Drach gegen... Verwandlungsdustüze von Ditto. Ja, gefailt. Rare Candy. Hast du noch mehr von diesen... Rare Candy? A legface, die kids like you. Polizei? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dies Pokémon wurde geboren, um zu sterben. Holy shit! Es tut mir so leid. Pokémon! Es ist... Es ist wie einer dieser, ähm... Diese... Diese Goldfische. Oder diese Karpfen, die halt diesen riesen... Dieses Geschwür auf dem Kopf haben. Oh, das arme Ding. Killer with Electricity. Ein Randschuh, genau... Ne, war ein Randschuh nicht die mit den... großen Glubschaugen? Hat es eine Windel an? Ah, nein, nein, ist ja Boden. Warum können die alle Drachenwut? Ey, das ist doch illegal. Was mache ich jetzt? Ey, das... Drachenwut ist ein Neslok-Killer. Okay, eine Drachenwut kann ich noch überleben, oder? Daher, Heim. Alter! Aber die Frage ist, wie... Wie viel Drachenwut hat es denn? Wenn der Chacke würde ich überleben. 10! Jetzt angreifen. Mach doch nur 40. Ja, aber am Anfang, wenn du Pokémon hast, die einfach nur... Wie Saitama 40 KP haben... Äh, dann ist es... Vorbei. Okay, jetzt kann ich halt angreifen. Scheiße. Das ist ein Fäden-Pokémon. Chip Away ist nicht gut, oder? Chip Away, wenn ich das einsetze, dann... Dann greift er die ganze Zeit nur noch an, oder? War es nicht so? Lieber es nochmal Chip Away. Rain and Kiss ist effektiv, warum? Das ist doch ein Fäden-Pokémon. Oder liegt es an seinem zweiten Typ, dass er Drache ist? Okay, Bubble Beam. Ey, wenn du bei Bubble Beam... Ich habe ein ganz anderes Pokémon draus gesehen. Stimmt, das macht ja die ganze Zeit Blubstrahl. Ich habe da irgendein Fäden-Pokémon draus. Ich dachte, irgendwie ein Pipi oder Pixi, was ich da gesehen habe. Ich habe da irgendein Fäden-Pokémon draus gesehen. Ich muss eigentlich Biss einsetzen. Das wäre eigentlich ganz gut. Oder elektrische Attacken. Aber wenn ihr jetzt einen Eisstrahl macht, habe ich ein Problem. Bin mir gerade sehr unschlüssig. Biss mal Caillou ein. Hier weiß ich noch was. Schönen Biss. Mein Team ist Fäe-Psycho. Das war ja immer besser. Nicht effektiv. Und ich reinballern. Habe ich jetzt gerade gemacht. Hat jetzt auch nicht funktioniert. Das hat den Fäden-Typ behalten. Ich schläfe das erstmal rein. Schläfe an mir das erstmal rein. Eigentlich müsste ich jetzt eine Gift-Attacke haben, ne? Step. Jetzt hat Pantimis Körper, deswegen ist es Fäe. Ich glaube, das ist so die Besonderheit bei dem Spiel. Dass man einfach komplett durcheinander kommt, was für Typen das einfach von Pokémon sind. Oh, das wäre eine gute Idee. Das mit dem Kopf und Körper aufschreiben. Mach platt. Mach platt. Vielen lieben Dank. Amant. 93. Und sub. Irgendwann die Unterstützung des Kanals. Entwickelt sich Togetic eigentlich weiter. Heute dazu nicht irgendwie ein extra-item bei Togetic? War es nicht so? Moin Moin, Skynet. War das? Lichtstein. Oder Licht den Stein. Du wirst mich herausfordern, oder? Ihr wollt mich herausfordern, ne? Leuchtstein? Lichtstein? Ah ja, okay. Es entwickelt sich mit Freundschaft? Holy shit! Was ist das? Skorgia. Super effektiv. Die Fledermaus mit Oval. Ah, guck mal, da ist sogar ein Schwanz zu sehen. Tan-Bar. Okay, Tangela und ein, äh, Lady-Bar. So war das, ne? So war es auch hier, der Marienkäfer. Oh, Poudersen, oder? Super effektiv. Oh, das. Oh, scheiße! Oh, kann ich das auswechseln? Oh, wir haben einen Boden-Pokémon. Das ist gleich, aber... Ganz auswechselnd. Keine Wegsperre drin. Oh, nein, warte, warte, warte. Das ist gar nicht so, ne? Das ist Felino. Wenn es jetzt eine Wasserattacke kann, ne? Komm. Saitama ist super. Also, mir gefällt Saitama auch wegen dem, 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 dem Iro-Blatt in der Mitte. Nein, Saitama sagt eher, lass mich in Ruhe. Das ist okay. 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 Cottonspoor. Okay. Aber kein Problem. Ist Pokémon Fusion schwer? Es ist sehr schwer. Gerade, wenn man es im Nasslock-Modus spielt. Okay. Das ist ein... Das ist jetzt ein Meryl und Flamara. Das ist ein Meryl und Flamara. Das ist Feuer und Wasser. Das ist einfach die perfekte Kombination. Was mache ich denn da? Feuer und Wasser. Elektrizität. Oh. Oh. Level 21. Oh. So, you're approaching me. Feuer-Fee? Feuer-Fee ist es? Das ist zumindest super effektiv. Sailor Phillip. Das ist Ether. Okay. Okay, nochmal ins Pokémon Center. Geht's weiter. Oh, warte. Oh, warte. Oh, die ganzen Köche, die wollen bestimmt ein Superball. War doch früher ein Superball irgendwo bei den Köchen, ne? Hast du Barry? Zeit, Chesto? Ah, da sind wir uns superball. Schau mal unter dem Laster. Ich hab' keinen Surfer. Wie soll ich da hin? Sniff, sniff. Komm, irgendjemand will mich herausfordern. Jemand möchte mich herausfordern. Ich spüre es. Okay, dann nicht. Hey, Methler. What up, yo? What up, Kerle? Vielen Dank für den Follower. Oh, ich bin der Wetter. Ich bin der Wetter auf diesem Schip. Würde Sie, Monsieur, gerne, was ordert? Anything, are we? Ah, the strong silent type. I see. Ja, ich wollte eigentlich... Oh nein. Oh nein. Du willst mich herausfordern, oder? Du willst mich herausfordern. Ein Gentleman. Das Team kann ich sagen, ja, das kann ich natürlich machen. Das kann ich gleich machen nach dem Kampf hier. Oder vielleicht sehen wir es ja hier gleich schon im Kampf. Oh, das ist cool. Ein Smogon und ein... Felix Fossil. Ammonitas. Wird es gewippt? Nein, das ist auch Gift, ne? Uh, das könnte nicht effektiv sein. Nein! Oh Gott! Nein! Nein! Ich bin so schweig! Ich bin so schweig! Was war das für ne Attacke? Was war das für ne Attacke? Was war das für ne Attacke? Ja, aber was ist Sludge? Säure? Klambert? Level 23 Dieser Schwein war zu schwach Das war Level 19 Ich dachte, es würde es aushalten Jetzt wünsche ich, dass wir Schnaps Was ist es? Was ist es? Was ist es? Ja, das ist nicht mehr effektiv. Genau, Rancid, Spinach, let's the spirit. Einfach sagen, Pisa ist schon einfach kacke, damit ich da rüber nicht wegkomme. Genau, Pisa-Schwein hatte nur Allergien. Das hätte so strong werden können. Pisa-Schwein ist unser Freund. Freunde können manchmal eine Belastung sein. Ja, wir machen gleich den Münzwurf, ich sag dir Bescheid, Hercules. Pisa-Schwein, Tipp. Also die Regeln sind ja so, ich darf von dem toten fusionierten Pokémon dann zumindest die eine Hälfte behalten, die andere Hälfte landet im Müll. Mal schauen, was ich bekomme. Caillou. Moment. Danach kommt Kappa-Wold, Kappa-Wold ist schon ziemlich cool. Kappa-Wold ist swaggy. Vogelfrau finde ich auch sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut. Zaitama, auch genial von der Optik her. Und ja, das ist Clicker-Mon. Da muss ich noch überlegen. Da muss ich noch überlegen. Wie konnte das... Sadness and sorrow. Wo ist mein Kazoo? Okay, es wird Zeit zur Fusionierung. Hercules, du hast die Ehre. Wirf eine Münze in den Kopf. Es ist Bisesamen. Zahl. Es ist das Schwein. Scheiße, ey. Wir halten das Schwein. Scheiße, ey. Wir halten das Schwein. Da habe ich zumindest ein Eis-Pokémon. Da können wir gleich gucken, mit wem ich es fusionieren kann. Ja, guck mal. Ivy ist auch das, was besiegt wurde. Ich will es doch weglegen. Wieso kann ich die... Store. Oh shit. Ich will gucken, wo es gespeichert hat. Ich will gucken, wo es gespeichert hat. Ich will gucken, wo es gespeichert hat. Bisaschwein lebt nicht. Bisaschwein ist gestorben. Oh. Das passiert leider bei dem Spiel. Muss ich öfter speichern. Wir gehen die gleiche Route nochmal, aber Bisaschwein ist tot. Das zählt. Es wäre unfair, wenn ich jetzt sage, Bisaschwein lebt. Erst oder früher abgestürzt. Spiel. Bevor Bisaschwein gestorben ist. Es ist halt ein kostenloses Spiel. Es ist kein offizielles Spiel von Nintendo natürlich, weshalb es natürlich abstürzen kann. 318 Leute haben es nicht gesehen. Nein, nein, nein. Ich bleib ehrlich. Es muss halt so sein. Und vielen lieben Dank für die 318 Leute, die hier reinschauen. Vielen lieben Dank, dass ihr so viel Spaß an meinem Let's Play mit Pokémon Infusion ab. Schaut doch auch in das Video die rein. Aus Ufezeichen YouTube. Da könnt ihr die Folgen nachholen. Die lade ich alle einzeln hoch. Schreibt doch mal rein. Hinterlasst auch ein Follower auf YouTube. Wir machen im Video die Channel auch noch ein bisschen groß. Dankeschön Leute. Ich bin gerade echt fertig. Ich bin ganz rein. Ey, zu Zuma. Ich habe zu viel verpasst. Ab in die Heldenbox mit dir. Solle ich jetzt noch irgendein Pokémon mitnehmen? Soll ich es mit irgendwie... Oh, mit dem kann man alles nicht fusionieren. Fee-Eis. Wollt ihr wirklich Fee-Eis haben? Nein. Das VOD wird morgen hochgeladen. Das würde mich natürlich freuen, wenn ihr das VOD dann auf YouTube schaut. Ich werde das Video auf Twitch... Man kann es leider nicht privat stellen, deswegen werde ich es so einstellen, dass es halt nur Leute gucken können, die einen Sub hinterlassen haben. Ist natürlich blöd, aber ich will natürlich meinen VOD-Channel stärken. Ich sollte mir echt danach einen Ring of Fire bestellen. Das ist gerade so frustrierend, ey. Ihr wisst gerade gar nicht, wie frustrierend das ist. Ey, wisst ihr was? Wir gehen in die Dicta-Höhle und fangen jetzt mal einen neuen Kumpel. Ich brauche etwas Neues zum fusionieren. Okay. Guck mal, wie viele Poké-Bälle wir haben. 21 Poké-Bälle. Ah, die ganzen anderen Bälle habe ich nicht. Okay. Na gut. Kommt, Leute. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir schon hin. Mal so kurz gucken. Bummery. Das hat Jorn. Das ist gut. Das muss vorne sein. Quest ab. Ja, Quest abledigen. Das stimmt. Ja, das kann ich auch machen. Route 11. Das ist eine ganz neue Route für mich. Das ist auch eine neue Route. Okay. Zwei Pokémon in jeder Route darf ich fangen. Fusionsopfer. Ein Bidoof. Ein Bidoof. Hallo, hallo. Rollout. Moment, 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 Moment. Pokéball Flieg und ein B. Dieses Pokémon muss sich nicht mehr umbenennen, es heißt schon Bidoof. Hast du das Pokémon? The true God. Ja, ich weiß, es ist ein Meme-Gott. So, jetzt will ich mal gucken. Ein Pokémon darf ich noch haben. Okay, Spezies-Klausel. Ich habe es ja schon gefangen, deswegen muss ich es nicht nochmal fangen. Oh, ein Sklave. Was zum Teufel ist aus dieser Höhle passiert? Oh, das ist gut. Damit kann ich arbeiten. Jetzt darf ich es nur nicht umbringen. Ja, das ist gut. Schritt. Moment, Moment. Soll ich schlafen? Ah, okay, jetzt schläf ich. Where did my cargo? Ah, ja, ja, genau. Da wird es vom Clown. Effektiv? Ja, ja, ich weiß. Ich mache das damit, falls eine effektive Attacke kommt, dass ich das Pokémon nicht kille. Komm, jetzt ist es, das ist gut, das ist eine gute Pokéball Chance. Das ist es. Das ist der Moment. Das ist der Moment. Das ist der Weg. Und ein B. Okay. Very shit. Okay. Einmal noch. Bitte nicht Volltreffer. Volltreffer killtes. Ach. Nein. Du sollst nicht aufstehen. Schlag weiter. Schnecke. Das klang eh gerade auch sehr verkehrt. Okay. Soll es nicht aufstehen. Ah, Mann. Und ein B nicht genug gedrückt. Nani. Und ein B nicht genug gedrückt. Nani. Soll ich mich wie in die地方 kaufeln lassen. Jetzt, wir mal wieder einschläfern. Und das kommt mir doch von Kanzler aus. Oh. Oh, oh. Die Beteiligung ist gerade erst gestiegen, ne, da war ich nur ein Drawing-Rows, Raining-Kisten-Drake. Ja, das ist gut, das ist gut. Verarschen, Mann. Okay, ich muss zubeißen. Davon stirbst du nicht. WTF? Das Pokémon, quetsch mir die Eier. Was für ein Level ist es? Das ist... Komm, das geht schon. Das Pokémon ist trollt mich wie verrückt. Es ist unglaublich. Oh, super. Oh, super. Dieses Pokémon, ey. Okay. Paralysieren wir es. Crit? Jetzt fängt doch mit Crits an. Die gute alte Donauwelle. Ist die Verteidigung noch gestiegen? Okay. Okay. Es ist paralysiert. Es ist im roten Bereich. Komm schon. Und ein B. Ganzer Chat. Und ein B. Ganzer Chat. Und ein B. Du bist eine wilde Tätigkeit hinkommen. Anverständlich ist's mal ein mauvaises Ergebnis. Ähm, das ist ein netto事. Oder wie? Ey, haut es sich auch noch Genesung rein. So. Es hat langsam... Ach Gott, das kann doch nicht sein, ey. Ja, endlich ist es mal paralysiert. Sein Steinwurf ist nicht schlecht. So. So, this is our moment. Nein, Love Ball war es, ne? Poké Balls. Love Ball, komm. Im Namen der Liebe. Love Ball. Und ein B, lieber Chat, komm. Fuck you, ey. Sorry. Sorry. Aber... F you. Du... Du dumme, dumme Schnecke, ey. Oh gut, kein Pokémon ist dabei draufgegangen. Es ist alles im Rahmen. Es ist alles im Rahmen. Es ist ein gutes Fusionsmonster. Das kann ich doch hier... Schwein... ... und Schnecke. Oder? Fire. Und Eis. Sub-Zero und Scorpion. Ein Feuerschwein. Nein, noch nicht. Das machen wir, wenn es nicht fusioniert hat. Bido von Schnecke? Ne, ne, ne. Bido werde ich hier nicht fusionieren. Das ist ein dummes, dummes Pokémon. Selbe rote Fusion. Ja, aber was mache ich dann mit den Pokémon, die dann nicht da liegen bleiben? Weil ich habe ja auch sehr viele Rest-Pokémon. Was mache ich dann mit denen? Ich habe selber kein Gott in dem Team. Den Rest darf man frei. Okay. Das heißt, ihr würdet sagen, dieselben Pokémon in der Route müssen fusioniert werden. Und die gefallenen Pokémon darf ich dann untereinander fusionieren, beziehungsweise wenn ich irgendwie andere Pokémon ertausche. Oder wie? Mach wie du willst. Hm. Hm. Ist das Megaman? Fusionier, was du willst. Rest nur mit Rest scheint fair. Ja, Auswahl. Ist dein das Log eigentlich? Das stimmt auch wieder. Aber ich habe nämlich gelesen. The Fire Water Type. Hab ich nicht. Okay. Catch me some Walltrop. Okay, hier muss ich ein Pokémon fangen. Das gehört zur Quest, deswegen darf ich es fangen, oder? Ja. Aber ich behalte es ja nicht. Soll ich ein bisschen Essen aus der Küche klauen? Das hier ist gerade der beste Vorschlag. Speichern. Also. Mein, mein, das Log, meine Regeln. Ich überlege gerade, was eigentlich so sinnvoll ist, weil das Spiel ist schon so random. Es ist an sich schon recht schwierig. Ich muss mal überlegen. Also Pokémon auf der gleichen Route zu fusionieren, finde ich eigentlich, das ist eine gute Regel. Aber da sind sehr, so viele normale Pokémon bei. Das ist schon fast geschmolzen. Ist auch random gestellt. Funktionär. Ich glaube, ich fusioniere einfach so, wonach mir ist. Weil. Sonst ist das echt nicht möglich, das Spiel. Das ist. Obwohl Bidoof. Wäre schon was, ne? Ah, shit. Jetzt. Das habe ich jetzt auch aus Zwang fusioniert. Lass uns dann mit der Stein. Okay. Dann machen wir es so, dass, ähm, Fusion ist, steht frei. Es muss halt nicht jedes zweite Pokémon, nicht die zwei Pokémon auf der Route fusioniert werden. Aber ich nehme Vorschläge aus dem Chat gerne an, was ich fusionieren soll. Und hier kommt ein ganz, äh, wichtig. Hier kommt es ganz wichtig. Quiekel und Makargo ergibt kein Feuer und Eis. Ach du Scheiße. Dann. Boden, Feuer, Eis. Quiekel würde eine Elektro-Spräche. Kerze. Zubat und die Schnecke? Ich kann immer noch Pokémon fangen. Ich kann immer noch Pokémon fangen. Also so ist das Problem, soll es nicht sein. Lass doch einfach mal ein Pokémon fangen. Lass doch erstmal noch mehr Pokémon fangen, oder? Mehr Pokémon heißen mehr Auswahl. First is Body. Gleich secondary type. Second is Head und primary type. Da bleibe ich in der Tabelle. Haus links vom Fokus Center. Von Löchern. Okay. Ich will mehr. Ich brauche mehr Liebe. Teuer, ne? Spoiler. So wenig wie möglich, wenn es geht. Pokémon Fanclub. Ah, ja, ja, ja. Ein Member. Ist der Vorsitzende. Da gibt es Fliegen, ne? Rapey Dash. Äh, Galoppa, ne? Ja. Ach, ein Fahrradgutschein. So war das. Liegen kriege ich ja von dem Mädchen in... in Grismania City? Oh. Ah, hier haben wir ja damals einen Porenta tauschen. Oh, Porenta. Ich brauche einen Habitag. Aber ich habe meinen Habitag schon vertauscht, oder? Do you like to fish? Do you like to put them in your mouth? Funktioniert leider nicht. Hold Rod. Okay. Geil. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Item. Ich kann Urania City dann jetzt angeln. Ich könnte jetzt, äh, ein Pokémon fangen. Ja. Mit dem Rad bekommt er. Genauso stramm geworden wie ich. Na, mal schauen. F5? Ja. Ich wusste gar nicht, welche Taste es wäre. Aber gut, dass der F5 gesagt wurde. Oh. Nein! Ach, komm, ey. Ich weiß was an. Okay. Neuer Friendo. Der wird es sein. Ah ja, das ist okay. So. Flottball? Habe ich nicht. Ah, wir schläfern es erstmal ein. Oh Gott, das ging so verkehrt, weil es jetzt so wirklich ein Hund ist, ne? auch wenn er nicht so lange. Okay. Buckball. Hund Duster ist top. Und ein B, Leute? Wie können wir denn Hund Duster? Okay, Ball, flieg Alter Strong Und ein B Alter Pathetic Jetzt müssen mehr Leute unten B drücken First Try First Try First Try Vielen lieben Dank Ihr müsst alle unten B drücken, dann funktioniert es auch Bei der Macht von unten B, ich fang sie alle Ich schnapp sie mir alle Oh, es ist Unlicht Unlicht Feuer Ich guck nochmal in meine Liste First Buddy Secondary Type, das wär Feuer Und der Kopf müsse dann Primary Type sein Primary Type Und da es bei Quiekel Eis Boden ist, wäre es doch Es wär doch Feuer Eis, oder? Also Schwein Okay, ein Pokémon darf ich noch fahren Oh Mann Komm Schweinehund Na gut Man kann nicht immer ein geiles Pokémon haben, ne? Ich hab eigentlich schon ein gutes Pokémon Das ist ein Wasser-Eis-Pokémon, oder? Oder ist erst Aktos, sondern Austos Eis-Pokémon Austos ist sehr tanky, hab ich mitbekommen Und ein B? Ausbruch Nee, ich glaub mir, wir machen den Schweinehund Uh, Schatz ist ein Jahr Okay Aber aus, was ist danach? Habe ich ja gefragt Und ein B? Das klappt nicht Ganz im Ernst, wenn ich Partner bin, brauchen wir, glaube ich, das Emoji und ein B, oder? Ja, gar nicht Oder ich muss hier nochmal hier für, äh Better Twitch TV Was da unten ist, weiß ich auch nicht Better Twitch TV in E-Mode Und ein B So, Pokémon Center Es wird wieder fusioniert Warte, ich muss jetzt mal einkaufen Aber wann wird mein Partner? Naja, wenn Twitch Bock auf einen hat Bewerbung ist ja schon raus Bewerbung darf man ja natürlich erst, äh Raushauen, wenn man bestimmte Ziele erreicht hat Wie im Schnitt 75 Zuschauer Irgendwie 20 Stunden im Monat gestreamt haben An zehn verschiedenen Tagen Habe ich alles schon erreicht Aber Twitch möchte mich nicht haben Twitch sagt nein Hallo, danke nochmal für die Follows, die hier gerade reinkommen Die sind zwar nicht alle vor, weil das hier nochmal als VOD hochkommt und ich möchte die Leute nicht so stören Aber sonst lese ich die immer ganz fleißig vor Die ganzen Subs Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal Mehr Interaktion im Chat wurde mir gesagt Mein Chat ist manchmal zu leer Hat man mir gesagt Also ich sehe hier die ganze Zeit Leute Die mitfiebern und schreiben Und nicht nur unten B, sondern auch hier hilfreich Ich weiß ja nicht, was mit Hand-Twitch los geht Oder ist es Frau-Twitch So, wir fusionieren Wir fusionieren Wo ist denn? Den Arspleißer Ähm Okay Das erste Pokémon Müsste dann Nee Und Dusa darf es ja nicht Aber Secondary Type Body Das zweite ist Swinip So soll es aussehen, oder? Nein, nein, Bio-Bear Bitte nicht jedes Wort einzeln schreiben Komm, ich komme hinterher Was ist das für eine Edition? Das ist die Infinite Fusion Edition Nicht Spam, nicht Spam Ordentlich schreiben Sonst, äh Sieht das ja Twitch natürlich auch nicht gerne Bei dir spammen die ja nur Es ist immer eine Person, die spammt Das ist keine Interaktion Ist richtig so, ne? Hab ich schon richtig rum gemacht? Auch halt, äh So müsste es richtig sein, oder? Ich kriege immer noch keine Antwort Ob es richtig oder falsch ist Ich glaube, es ist korrekt, Hergules Hergules Ist deine Chance, alles wieder gut zu machen Okay Fusion Es ist verdammt cool Es ist mega cool Also mit der Schweineschnute Und die Augen Das Pokémon ist Das ist Zen Es ist einfach chillig Bis zum Geht nicht mehr Es ist ein Terrier Das ist Das Ding ist Zen Das ist sowas von I don't give a fuck Bleah Feuer aus der Schweinenase Zack, Beine ab Und machen Ey, sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Finde ich schick Ähm Ja, wie nennen wir das jetzt? Ice and Fire Das ist das, was ich haben wollte Sub-Zero und Scorpion Dracarys Schweinehund ist eigentlich schon ein guter Name, ne? Das heißt Ist es dann noch schwach gegen Feuer? Nein, ist es ja nicht Weil es ja auch vom Typ Feuer ist, oder? Raus da Freue ich nicht, ne? Oh, welcher Bild ich? Nehme ich einen Early Bird oder Snow Cloak? Snow Cloak, oder? Schwach gegen Gestein Vier mal Snow Cloak Das Ding sieht aus wie Donald Trump Guckt euch das mal an Das ist die Frisur von Donald Trump Ah, ich bin es jetzt Bin ich es jetzt? Rumpy was lab amber oder snow level 11 ist es noch sehr sehr schwach deswegen gebe ich dir mal hier den ep teiler so schlimm ist hier der tod eines pokémons nicht sie mir natürlich jetzt einreden ep teiler wo bist du aber müssen wir noch ein backup pokémon kommt das level 21 kann schon nichts passieren kann schon nichts falsch nicht verkehrt sein 200 freunde route f das mache ich nachher ich würde jetzt einfach erstmal die msn erstmal abklappern was soll wir bis 18 uhr länger ich mache erst mal bis 18 uhr oder mal schauen termine habe ich ja keine aber ich habe last of us 2 bei mir das ist mein termin werden wir mal schauen wenn die zuschauerzahlen stimmen mache ich weiter counter gehört unterstrich de vielen lieben dank für den twitch prime abo wir machen wir jetzt wieder hey wenn ihr eine weitere halbe stunde wollt dann haut so und so ist abs rein da kann man sie so machen mal schauen ich muss mal gucken wie viel kraft ich habe weil ich muss sagen pokémon pokémon spielen ist nicht einfach weil es strengt an und viele leute jetzt immer sagen wird und elias ihr verlauft euch in einem kinderspiel seite wir reden miteinander wir gucken mit einem hagel im auge den chat da kommt man nicht die ganze zeit auf dem bildschirm und schon steht man ganz woanders obwohl man die ganze zeit in eine richtung gedrückt hat ok den kennen wir schon chamuja chamuja ich sag jetzt nicht wie weit ich bei last of us bin weil das alles spoiler wäre das ist nicht effektiv es ist kein psycho pokémon ach sind doch alles mankeys hergulas du bringst es auf den punkt alles mankeys naja drachenfee pokémon war das hat auch hier das hier kunst für du k mal schön speichern ach komm ausgegangen ja ich auch über diesen deja vu darf niemand drauf gehen ich finde es mega nervig dass mein kappador also beziehungsweise mein kappalam keine wasser tanken kann sonst würde ich jetzt sagen hey komm kapper wollte ein bisschen so schön das wozu sind die kanalpunkte bei twitch spiele rein ich habe bisher noch keine sinnvolle sinnvollen einsatz für kanalpunkte entdeckt Ich konnte es nicht so gut was ich habe jetzt mal ich hab mich noch nicht mehr wunderschöne was ich nicht mehr was ich nicht mehr geistet habe ich hab meine c junior auf level 35 erlernen das schiff das dauert ja noch nicht er schlaf für highlights messages ja ich sehe es auch gerade highlight messages dafür sind die kanalpunkte und emotes entsperren für einen tag wenn man kein sub hat oder ist kann man dann die modes nutzen sonst natürlich nur verfügbar sind wenn du hier ein sub hinterlassen ist ich habe doch ich habe doch das tier von missy doch hierbei an pokémon dann benutzt aqua wille war das ja das stimmt das könnte man auch machen das sind natürlich nicht gut pflanzen war das noch hohe frau tms kann man mehrfach nutzen bei dem spiel finde ich gut dass sie es übernommen haben es den moderneren teilen boden sicher dann wäre mein donner schock ein kappador kapper wollte auch nicht gut gewesen ich kann ich kann aqua wille nicht auf über wollte machen ich weiß auch nicht warum aber es funktioniert nicht die starke sind der egelsamen sehr eklig das hat definitiv zu viel viel zu viel halt das ich mache mir kaum noch damage zeit dass ich wahrscheinlich wieder bis zur hälfte ok also hier haben sie noch mal im balancing einiges geändert so dass es nicht mehr zu einfach ist also hier überlegen wir auch noch mal egelsamen zu benutzen nicht dann oder die 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 ist mein pokémon bereit es ist noch nicht es ist noch nicht ready es ist ja immer noch da dachte egelsamen funktioniert nicht mehr wenn das pokémon dann ist ich ja Ja, das ist so gut, oder? Ja, das ist so gut, oder? Slam? oh ross das ist ein woopokémon oh so ich kann es vergessen die gier sicher es ist ein merl aber anscheinend ist es nicht wasser das ist verwirrt nein 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 so pokémon center beziehungsweise in meine bude ich frage mich was für ein arenaleiter ist guter und schlechter und böse und die mini kürtis zeit quasi annehmen und von dem typen aus der küche was holen das ist ein paar krabbi beinchen was major bob war damals bei team rocket nein er hat doch damals bei den pokémon kriegen mit ausgeholfen und seine pokémon haben die gegner alle paralysiert ist auch die legende manga auf jeden fall hier hier kann man nämlich dass man hier kann hier kann das pokémon das dieses slimer ammonitas ne was mache ich gegen slimer ammonitas es ist gift es ist wasser es hat gifte gemacht gift ist gut gegen feen pokémon das heißt kajus raus gift ist effektiv gegen pflanzen pokémon seit hamas raus ist gift ist nicht effektiv gegen die vogelfrau boden zerstört ist vermutlich eine bodenattacke habe ich auch ein pokémon mit bodenattacken habe kein pokémon mit bodenattacken also hier ja ich glaube hier sind eine bodenattacke bei die smogern ammonitas ist viel zu schwach ist level 13 ich brauche ninja tom rollout es geht drauf das könnte vielleicht wenn du hier vielleicht mit kappa volt gegen vogelfrau des vogelfrau ist nicht allergisch gegen gift weil sie selbst gift ist karen ninja tom hat nur ein kp oder nicht so man kann ihn nur besiegen wenn man volltreffer hat beziehungsweise die stärk also den counterpart hat das kann nicht sein das kann nicht sein das kann nicht sein was kann nicht sein warum 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 kann es walzer ja aber es ist gift gift ist doch nicht effektiv kampfe soll nicht gut gegen kiff gift oder mit wird aber nicht das gesteckt aber aber nicht das auch wasser oder und es ist ja das ist gut aber das bringt mich durcheinander es ist ja auch gift ich muss es austauschen es stimmt oh gott oh gott was mache ich jetzt du kannst seit hamas tanken opfer biduf biduf tank ist biduf wirklich ein tank bist du der außerwählte bist du der außerwählte biduf euer gott stirbt gerade opfer ist ja aber selbst wenn ich nido nido queen jetzt heile ja also es bringt ja nichts weil er immer noch im walzer ist oder der killt jetzt mein ganzes team der bleibt jetzt mein ganzes team ich kriege ihn ja beim nächsten schlag ja nicht tot oh nix soll walzer tanken können bin ich mal gespannt ja bei ein nettes gekannt zu haben die nach ich will hier am besten das biduf drin tausche auf seit hama und hoffe hoffnung ist das was mir noch bleibt ich habe keine attacken mit dem pokémon oh nix ist nicht so lärm wie es aussieht hoffentlich weg ich das pokémon dadurch nicht es ist unglaublich dass es seit hama den tag gerettet hat bei 4 b b Das ist besser Was? Was? Alter Stardust Gehen wir die Crusaders Ey, Bidoof Also, so beschissen ich auf dieses Pokémon grad fand Muss ich sagen, er war der Held Er hat, äh Getankt Er hat hingehalten, während andere geheilt werden Er hat die Linie gehalten Bidoof ist ein wahrer Patriot Bidoof ist, äh Er ist ein echter Diamondmon Ich hab schon acht Pokémon verloren Zum Glück habe ich vorher gespeichert Zum Glück habe ich vorher gespeichert Dann abzustürzen Der Name war Bidoof Der Name war Bidoof Er ist ein echter Patriot Er ist ein echter Patriot Er ist ein echter Patriot Ja Das passiert jetzt aber häufig Ach komm Ich mach das aber nicht mit Absicht Um Himmels Willen Bidoof ist für meine Sünde gestorben Ach Ach Shit ey Komm Ich nehm mich mit Ich muss mit in mein Team Er hat uns von Lord Helix Ja Ich speichere jetzt so oft wie es geht Ich will diese Tragödie nicht nochmal haben Nichts Nichts Es sieht noch ein Doppelkampf aus Oh Caillou Kann keine Risiken eingehen Okay Go Sandwich Okay Ich mach euch fertig Oh Muscha ist auch ein Makago fusionieren Das ist eigentlich eine sehr gute Idee finde ich Oh mein Gott Diese Pokémon Die müssen erlöst werden Im Namen des Herren Der Name von Bidoof Ja Der Name von Bidoof Der Name von Bidoof Jetzt ne Flammenwerfer Wieso Flammenwerfer ist noch eine Ausbildung Oh Gott es wird immer schlimmer Oh Dieses arme Tauburger Es muss befreit werden Die Leute gehören ins Gefängnis So mit ihrem Pokémon umgehen Die Leute gehören ins Gefängnis So mit ihrem Pokémon umgehen Aber es wird geheilt Aber es wird geheilt Darum gehts Der Name von Bidoof Der Name von Bidoof Der Name von Bidoof Ist nicht richtig Witzig aus Ja Die einzig waren Pokémon die überleben dürfen sind meine Pokémon es ist nur ja stimmt ah lalala lalala weiter vergessen da liegen noch ein item wo habe ich ich habe es nicht aufgenommen thema 31 break gut dass ihr da seid um zu sagen dass ich ein item mitnehmen es kann auch keine barriere wie kappawall vielleicht mal beibringen für charge zum beispiel vergessen leider um 70 und genauigkeit charge kann weg hat kappawall guten attack schon es ist es ist ein gar das ist kein special sind 50 angriff der angriff 41 und ziemlich gut kann ich auch beibringen kann das auch beibringen zu wenig special attack dann eher kampf attack ist nicht verkehrt ich habe kaum kampf attacken bei mir kann sich jederzeit noch anderen leuten beibringen weil die tms die verschwinden ja nicht noch mal da sind über den tachos leonard was gotten so trini ich habe vor jedem drachen pokémon grad echt schiss ja vor dem kapitän kommt noch mal der rivale obwohl ein bisschen action oh schon oh gott was das jetzt für ein typ ist es ist ein boden drache stein drache ohne gestein es ist immer so witzig es kommen neue leute rein wenn fragt immer gefragt ist irgendwas passiert ja es ist passiert immer das tragischste hier scheiße scheiße ich kann nicht tauschen da sind ist so drin es ist ein issutini ich kann es noch tauschen caillou kommen obwohl ich habe maxus caillou hohe frau ist so eine bastard attacke nicht daneben gehen nicht daneben es ist so eine beschissene attacke ab dem level drachenwut ich gehe erstmal meinen pokémon heilen musik vorgespult zwei stunden stream ja der zwölf stunden stream wurde schon gemacht und vielen lieben dank für dein follow zwölf stunden stream wurde letzten samstag gemacht schon eine woche her wie schnell die zeit vergeht deswegen nächstes ziel ist der 24 stunden stream und da muss ich ja noch warte fuck es ist ein kokowai mit diesen komischen es ist pflanze stahl wenn es pflanze stahl ist dann habe ich hier was das waren zwölf stunden plus eine stunde stream flunkiefer 13 stunden gemacht das wird dich nicht retten man kreise die schnecke reise die schnecke das ist aber wirklich süß verbrennt es ok das ist ein wasser warte es wird ja das ist ein wasser pokémon wasser psych felino das wollte ich gerade sagen das andere starte sicher komm beiß zu leg los wird groß wasser flugzeug und es kann drei typen sein zwei der drei fischer man dale das habe ich gesucht wusste ich gar nicht aber heile psychoboden ja habe ich auch nicht erwartet maxi marius kopf glaube das waren keine arme das waren seine axelotten fühler oder felino soll noch ein axolotl sein der rival erinnert dann machen wir auch gerade ein bisschen bauchschmerzen ob caillou ist die richtige wahl für caillou ist ein casino wenn sie mir ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zauberblatt Saitama tanken ist eine gute Frage, kann Saitama eigentlich tanken? das ist ein geist so das ist ein geister pokémon das macht ja so ein damage Oh Ah Saitama geht drauf Saitama geht drauf Es muss kalt Saitama geht drauf Saitama geht drauf Opa Okay Ich weiss zu, Mann Super effective, das ist gut Das ist gut Das ist gut Oh Gott Gameboyland, vielen lieben Dank für dein Haus Was kommt jetzt? Bis Wieder ein Pflanzen Pokémon Pflanze Käfer Vogelfrauben ist eigentlich ganz gut Dass ich ein Feuer Pokémon einsetzen soll, ist schon klar Aber es ist Level 20 Und er ist Level 30 Mal schauen Käferflug Okay, das ist gut Sehr gut Zweifle nicht an der Schnecke Ich gebe mir Mühe, nicht daran zu zweifeln Aber das Ding ist das Level 20 Aber es ist gut, dass seine Attacke nicht gut sind Von Spinnerpappen Ein Priesen sei die Schnecke Das ist Ninja Tom, oder? Das ist Ninja Tom Das ist dann das noch Killer, oder? Ich heil mal sicherheitshalber Das ist Kokuna Okay, gut Das ist Kokuna, das ist ja alles cool Aber ich heil trotz Ab trotzdem geheilt Ich dachte schon, das wäre ein Ninja Tom Es sah halt so ähnlich aus Als ich die Füße gesehen habe Dachte ich erstmal, das wäre er Oh nein, die Kratzfuche Alter, die Schnecke ist wirklich der bessere Gunner Was ist das für Was sind das jetzt für Fossilien? Äh, Wurzelfossil oder Clownfossil? Was sehen wir denn? Gent Ich kenne die Wurzeln Äh, die Fossilien gar nicht Wurzel Oh mein Gott Das, das, das war gerade zu viel für mich Das macht alt Das macht alt Das macht definitiv alt Okay, jetzt gehen wir zum Rivalen Glaubt ihr, ich bin ready? Mein Pumps ist ready Überleg mal, wie ich vorne lasse Lass Caillou weiterhin vorne Ich bin gerade nicht wirklich sicher Wenn ich Wenn ein Level 30 ist, habe ich auch keine Chance Dann gehen wir weiter Pokémon fangen McRiderock Vielen lieben Dank für deinen Sub Wir gehen Freunde fangen Gute Elf ist ja noch frei Das Ding kann explodieren, oder? Scheiße Ja geil Jetzt habe ich es nicht fangen können, weil es sich in die Luft gesprengt hat Scheiß Ding Boah, das ist natürlich blöd, wenn ich auf der Route gleich nochmal so ein Ding treffe Habe ich dir nicht? Habe ich mich die Kramdinger gegeben? Hä? Hätt ich dich vorne erhalten von dem Koch? Anscheinend nicht Mach ich dann nachher nochmal Ah, ist das frustrierend Achso, ich muss nochmal in die Kram Ich habe da nicht gesprochen Ah, es ist doof mit der Explosion, ey Tanzer und dienen wir eine A-Bomb Oh, das ist immer eine exotische Mischung Ich war schon in der Höhle, ja Da habe ich ja den Gott gefangen So, es ist ein Boden-Pokémon, ne? Bodengeist Wie kann ich es denn schwächen? Wie kann ich es denn schwächen? Ich brauche irgendeine Attacke, die nicht zu stark und nicht zu schwach ist Gesteingeist Schnecke Wenn es beißt ist, ist es tot Das wird nicht effektiv sein, aber Oh, das reicht Warum soll ich eine Wasserintacke einsetzen? Ich will das Pokémon fangen So Das ist ein anderes Geschlecht Der Liebesball Und ein B Ah, geil So, jetzt habe ich das Pokémon gefangen Das behalte ich dann einfach so, oder? Nochmal zu infusionieren Es ist ja schon ein random Pokémon Neuer Freund Aber wie nenne ich den? Ich nenne dich Bieserschwein Linkschi 3 Tool Linkschi 3 Tool 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 Scherox Der Dekobaum 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 Brotholz Rotesbaum Kingbaum Ich nenne den Dekobaum Dekobaum ist ganz gut Okay Und Jetzt können wir hier Jetzt kommen wir gegen Trainer kloppen Müssen stärker werden Müssen mindestens Level 30 werden Okay Das sieht einfach so aus Als würde Eine Spinne Eine Kapuze tragen Ich habe keine Ahnung Wie das Level des Rivalen sein kann Was für ein Level soll denn sein? Hast er sich jetzt hier in meinem an? Wieder? Oder Hat jemand mehr Informationen? Bieserschwein ist gestorben Es gibt mir Peter Ich habe schon Peter Benutzt Der ist sogar ein Benutzer Biesor Und Welches Pokémon ist das? Mit den Ist ein Miraplar Biesorplar Biesorplar Was Major Bob Für Pokémon Typen habt Weil ich noch nicht in seine Arena gehen konnte Ich habe ja kein Zerschneider Der Rivalen passt sich mit Leveltechnisch an Okay Lohnt sich nicht zu trainieren Die haben wir gleich direkt im Rivalen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Das ist gut. Nicht drauf gehen, Schnecke. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir gleich den Rivalen. Aber vorher, kleine Pause. Geh kurz auf die Toilette und hol mir auch noch schnell einen Kinder-Pinguin. Also, bis gleich. Keine Pause-Screen. 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 Da bin ich wieder. Soll ja nicht heißen, dass bei Wirt nur hier Mist gegessen wird, ne? Hier, meine Alibi-Banane, die ich jetzt essen werde. Wir werden auch keinen Augenkontakt herstellen. Ich werde ganz woanders hinschauen. Ihr schaut mir nicht in die Augen. Ja, die gefallenen Pokémon. Die Banane ist braun, das liegt vielleicht auf dem Key. Ihr möchtet, dass Penna wird, mit einem langen Haar. Ihr solltet mir nicht in die Augen schauen. So, jetzt gehen wir den Typen kloppen. Redwoods Cilias. Das ist ein BTS-Field. Du möchtest? Okay, Leute. Caillou macht das schon. Caillou ist bereit. Bitch. Ey, Dinimon. 42! Ey, das ist doch nicht normal, oder? Ihr habt mir gesagt, das passt nicht an. Oh mein, wow, Moshiniru. Ja. Das mit dem Level-Gap, das ist... Das mit dem Level-Gap, das ist... Ich wurde belogen. Ich wurde belogen. Wer hat Schaufel eingesetzt. Ey, was soll ich dagegen machen? Das mit dem Level-Gap. Was soll ich dagegen machen? Warum tausche ich nicht gegen Fluch ein? Weil ich gebrochen bin. Jetzt benutze ich die ganze Zeit Drachenklaube. Ich will zumindest einen umbringen können. Ich will einfach nur sehen wie weit ich komme. Ich will einfach nur sehen wie weit ich bin. Ich will einfach nur sehen wie weit ich bin. Die Schnecke reißt es raus. Ich will einfach nur sehen wie weit ich bin. Ich habe es ausgemacht. Ich will einfach nur sehen wie weit ich bin. Ich will einfach nur sehen wie weit ich bin. Ich will einfach nur sehen wie weit ich bin. Aber der war jetzt mal auf 16 Level über mir. Das ist nicht normal oder? Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht möglich. Bei mir war dort der Rival unter 30 wird hier geschrieben. Auf keinen Fall. Und nochmal Restart. Alle anderen Trainer sind ja auch schaffbar. Also hier der Typ der Wissenschaftler den ich auf dem Schiff getroffen habe. Der war ja auch schon 30. Das war auch schon happig. Aber Level 42? 24, 42. Ein Zeilendreher. Das kann echt sein. Könnte es wirklich ein Zeilendreher sein? Nein. Jetzt will ich aber auch einfach mal fragen. Ich bin ganz transparent. Soll ich jetzt nochmal ganz von vorne anfangen? Alabastia? Oder soll ich... Das ist jetzt nichts gewesen. Das war jetzt wirklich ein Bug. Das war jetzt wirklich ein Fehler vom Spiel. Das kann nicht sein, dass er schon 42 ist. Das ist für mich auch unverständlich auf... Der dritten statt schon Level 42. Quatsch, quatsch, quatsch. Bug. Bug. Nein. Ja. Retry wird geschrieben. Ja. Umfrage starten. Nein. Mach weiter. Bug spielen. Einfach weiter. Es... Es war ja ein recht unfairer Kampf. Wäre es ein fairer Kampf, wo ich jetzt gestorben wäre, würde ich sagen, okay. Kann ich verstehen. Aber das war jetzt nicht machbar. Das war... Randomizer-Settings nochmal. Das Spiel ist schon auf dem neuesten Update. Hast du einen Bock auf einen Neustart? Ich... Ich würde... Ganz im Ernst wäre ich jetzt auf normalen Wege rauf gegangen. Würde ich sagen, mache ich einen Neustart. Ist okay. Weil... Weil... Das sind ja die Regeln des Spiels. Des Nusslogs. Weil... Muss man sich ja halten. Ich habe ja auch zum Beispiel das Bieserschwein... Wieder freigelassen. Beziehungsweise in die Box gepackt. Weil es besiegt wurde. Das ist äh... Das ist äh... Die Regel des Spiels. Aber das hier ist äh... Äh... Uff... Das ist aber schwierig. kurzen... Frage rein. Bug. Ja. Eine Person sagt... Nein. Okay. Eine Person ist ein Mankey. Zweite Person ist auch ein Mankey. Ganz deutlich. Ganz eindeutig. Bieserschwein ist gestorben. Bieserschwein ist leider drauf gegangen heute. Macht weiter. Okay. Ich check nochmal die Settings. Weil... Wir gehen jetzt mal ins Pokémon Center und checken da nochmal. Das kann ja nicht sein. Das ist nicht normal. Ist äh... Natürlich sehr ärgerlich. So soll es natürlich nicht sein. Das ist... Mega ärgerlich gerade. Okay. Okay. So, ich habe jetzt gefixt. Soll ich jetzt nochmal raus was? Ich check mal die Lage. Ich check mal die Lage, wie es jetzt aussieht. Weil wenn er jetzt nochmal Level 40 hat, dann ist irgendwas verkehrt mit dem Spiel. Nur checken. Wir checken nicht, dieser Kampf, der jetzt kommt, der zählt nicht. Weil wir checken halt einfach nur, ob der Randomizer funktioniert. Auch wenn er jetzt unter Level, wenn er Pokémon Level 30 hat, der Kampf wird abgebrochen. Ist einfach nur gecheckt. Auch wenn er jetzt machbar ist, weil da muss ich jetzt anders ran. Jungs vorne. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott, oh Gott. 42. Ja, nevermind. RIP. Fuck. Fucku, fucku, fucku. Trainer reshuffeln. What the fuck is wrong with you? Bis Level 42 hochgrinden. Alter. Darauf hätte ich keinen Bock. Da würde ich lieber das Spiel neu starten, als jetzt irgendwie bis Level 42 hoch zu grinden. Dann ist Dark Souls auch ein einziger. Alter. Versuchst du gerade dieses Spiel mit Dark Souls zu vergleichen? Oh mein Gott. Du bist Teil des Problems. Holy shit. Du versuchst ein Rollenspiel gerade mit Dark Souls zu vergleichen. So. Ja. Überall 11. Gehau ich mir die Pokémon nicht. Äh. Gegner sind bei beiden OP. Ja, aber das ist ein Rundenstrategiespiel. Ne? Bei Dark Souls kann ich auch die ganze Zeit rumrollen. Die ganze Zeit. Ja, geht. Aber hier kann ich nicht die ganze Zeit rumrollen und auf Zeit spielen. Und irgendwann Nadelstichattacken machen. Also, dass du gerade sowas vergleichst. Das ist nicht nur Apfel und Birnen. Das ist gerade, du vergleichst einen Apfel mit einem Fisch. Uiuiuiuiuiui. Äh. Advanced Options. So. Äh. Apfel mit Hängebrücken. Ja, das ist auch ein guter Vergleich. Wir schaffen Trainers. Ne? Obwohl, ist er jetzt ein... Ist er ein Random Trainer? Nein, ne? Nein, ne? Äh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So funktioniert das nicht Das kommt immer zu spät, was habe ich dann nochmal drücke und dann wird es schon akzeptiert Okay, Set Randomizer Settings Nein, das wollte ich nicht Balanced, ja Hatte Balanced drin gehabt Nein Warum ist es mal Yes, No Ah, verkehrt Ah Gott Das ist moderat Okay, dann stelle ich nochmal ein Randomized Trainers Yes 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 Moderat No No Das ist sehr verwirrend, dass jetzt mal unten und jetzt mal oben ist Okay So, jetzt die Sets Mach ich mal 40 Okay Dann machen wir es so, ne Alles eingestellt Probieren wir es mal aus Das ist gerade mega abgefahren Und wenn das nicht funktioniert Dann werde ich Pokémon auf die Bank packen So ein Bug Müssen wir an die Schnecke glauben Check mir die Lage mal Bonjour Wird Es ist immer noch 42 Ist das frustrierend Noch Gerade hier Selbst der Arena Leiter Hat Level 24 bis 26 Erika in Prismania City Hat maximal Level 41 Und der kommt hier schon mit 42 Nein Das macht doch wenig Sinn Weil Meine Pokémon gehorchen mir doch gar nicht mehr Ab Level 42 Ab Level 40 Das ergibt doch gar keinen Sinn Mal So gehören Das geht nur für Torch Pokémon Okay Alles klar Mein Fehler Aber Ich weiß nicht, dass ich jetzt 16 Levels Hochgrinden soll Sorry Ich habe die Schaffin vergessen Ich habe meinen Schaffin vergessen Ich habe den Schaffin vergessen Dann An An Man War Alles klar Ich apoyo So, reshufflen die Trainer. Hoffen wir auf das Beste. Schaut es gebalanced aus, das würde ich auch gerne wissen. Okay. Die Trainer wurden jetzt geshuffelt. Hoffen wir jetzt, dass es funktioniert. Also wie gesagt, wir checken nur. Auch wenn der Trainer jetzt genauso stark sein soll, wie er sein soll, mache ich das auch. Ansonsten müssen wir das... Also dann brech das Spiel dann wieder ab. Und dann gucken wir mal, wie wir planmäßig hier weitermachen. Das ist ja gerade frustrierend, ey. Unschön. Ne, 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 hier ist nämlich zu viel Dark Souls Elite. Da spiele ich lieber Dark Souls privat. Das ist jetzt auch zu schwach. Oder? Oder es ist genau richtig. Passt. Sieht es passend aus. Genau richtig. Nein, genau richtig. Schon. Schon. Schon etwas schwach. Ruin. Genau. Okay, das nächste Pokémon könnte tatsächlich natürlich stärker sein. Das ist sein erstes Pokémon. Deswegen. Das ist ein erstes Pokémon. Deswegen. Das ist weitergehen. Super Trank. Okay, dann stärkst du 2 Level 24. Dann könnte es ja hinkommen. Was ist das ja? Okay. In einem Parallel-Universum bist du schon draufgegangen. Oh Gott, wenn es eben gerade draufgegangen wäre, dann wäre Caillou mit draufgegangen, oder? War es nicht die Attacke? Das war die Attacke, ne? Gott. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Attacke nochmal einsetzen wird. Abgangsbund. Scheiße. Das Pokémon, ey. Das kommt aus der Hölle. Warte, ich muss ein Pokémon nehmen, wo ich einfach weiß, dass es... Das ist ja... Ich weiß nicht, ob es... das ist... Bitte nicht abgesang, Spunsch. Ach Gott. Was bist du denn? Jetzt kommt Vogel gegen Vogel. Drache Feuer ist das, ne? Ach, das war die Drachenwut. Warum ist das nicht effektiv? Euer Boden. Es ist nicht Drache. Muss ich zu Caillou rüber wechseln? Caillou geht instant drauf. Ich habe Angst vor der Drachenwut. Deswegen benutze ich das lieber noch in Potion. sie trachen gut nein auch scheiße auch scheiße eigentlich wollte ihn rein nehmen verklickte mir geht es nicht gut da verklingt man sich einmal ja ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sonic Boom? Ernsthaft? Macht 20 Schaden, ne? Sous-titrage ST' 501 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 Ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Sie kann ja nirgendwo hinschauen, sie hat keine Augen. Aha, Fehler wurden gemacht. Drillbed, poison ground. Auch wenn sie sich weiterentwickeln, sie ist ein riesen Maul, ne? Life Leech. Was ist denn? Tail Whip. Tail? Die coolen Drachen ertangen sind weg. Hey, you kept the boobs. Ja man. Inner Focus oder Poison Point. Oh, mit Level 22 könnte sie... Wäre sie vielleicht lila? Sput. Poison Point, Inner Focus, Poison, Poison. Froschgesicht, hey. Poison Point it is. Okay. Dann hole ich jetzt noch kurz nen Splicer für... ...das nächste Pokémon. Sorry, ich bin grad... ich bin so fucking offen. Jetzt mach mich grad so fertig. Reverser für Nidoqueen. Und warum soll ich jetzt noch den Reverser für Nidoqueen holen? Sie ist doch wunderschön. Ist doch das, was wir haben wollen. So, es ist eigentlich ja schon Feierabend. Aber, ähm... Ich mach nen Vorschlag. Ich spiel jetzt noch bis halb sieben. Wenn jetzt in den nächsten... Wenn bis halb sieben jetzt nochmal zehn Subs reinkommen, zieh ich bis sieben Uhr durch. Ist ein Deal? Ist ein Deal, ne? Sehr gut. Ach, Golbert entwickelt sich jetzt mit Freundschaft weiter. Du auch? Gott, oh Gott. Mann, Mann, Mann. Und... Ich... Zerloff? Ja... Ja... Ich sitz hier schon seit, äh, über drei Stunden. Und ich schwitze wie verrückt, ich mach mal kurz den Ventilator und ich hoffe den hört man nicht. Den hört ihr nicht, ne? Kajou entwickelt sich in Deutschland, ja, das weiß ich auch. So, wie rum wollen wir das haben? Hier rum, Larum, Löffelstiel, oder wie hieß das nochmal? Na toll! Jetzt hat Blade Wars einfach 10 Stück sofort raus, Leute, ey, ich wollte die Leute gerade motivieren, nicht, dass du jetzt einfach alles rausmachst. Ja, 19 Uhr habt ihr jetzt. Dankeschön, Dankeschön, Blade Wars, ganzen Subs. Bedankt euch alle bitte bei Blade Wars, gebt ihnen alle einen F, einen Depp, einen Roland. Was auch immer, bedankt euch alle ganz lieb bei meinem Mod, Blade Wars. Dankeschön. Ja, geil. Bis 19 Uhr. Hätte vielleicht doch mehr Subs verlangen sollen. Eeees. So, was machen wir? Machen wir jetzt das hier. Muschas Körper, Marco Kopf, Muschas Körper, dann haben wir Feuer, Wasser. Ich schaue nochmal nach den Typen, genau, sicherheitshalber. So, hier ist nur Wasser, der ist nur Wasser. Oh, Fire and Rock, das ist natürlich sehr wichtig zu wissen, das heißt, hier wäre der Secondary Type, das heißt, ich müsste den Körper von Muschas nehmen und den Kopf von der Schnecke. 20 Subs, 20 Uhr. Wir machen erstmal bis 19 Uhr und kurz vor 19 Uhr gucke ich, wie es krafttechnisch bei mir aussieht. Ich muss ja auch noch was essen. Dann könnte ich sagen, ja, 20 Subs, dann mache ich vielleicht dann bis 20 Uhr, aber ey Leute. Ich wollte halt keinen 12 Stunden Stream machen. Körper Muschas. Ja, ist klar. Aber muss ich mir zwischendurch was für Essen kaufen, ihr wisst, dass ihr mich dann essen muss. Und das VioD wird dann irgendwie auch aus Essen bestehen. Ist ja für die VioD Zuschauer ganz blöd. Ah, warte. So soll's aussehen, oder? Muschas Körper. Und Schneckenkopf. Stimmt, VioD Zuschauer kann vorspulen. So wird das Feuer Eis. Bitte nicht. Hilbert, du, du schreibst. Bitte nicht zu was? 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 Du bist hier die ganze Zeit so negativ drauf. Was? Oh, 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 oh. Alter. Heiß hier. Mann, ist das heiß hier. Das ist perfekt. Das ist perfekt, blöd hier. Jetzt ist keine Schnecke mehr. Do it, wird. Ich du es jetzt. Auf Wiedersehen. Diese scheiß Nase. Diese scheiß Nase. das ist nicht das aller hässlichste das wollte ich hören rufen kiese aber so panzerschutz ist das Oh, was war das jetzt? Shell Armor oder Flame Body? Stimmt, der Spion von Asterixen bei Kleopatra. Das kommt hin. Flame Body. Body. Your body, your body, it's like a pool party. Man's not hot. Nickname. Ja, wie war es nochmal? Ofenkäse, ne? Shell's not hot. Never hot. With Dinko's grrrr. Pop, 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 pop. Was, was ist denn jemand in die Mülltonne gesteckt? Warte, ich hab doch einen Platz frei, oder? Hä? Warte. Wer liegt aus Versehen im Müll? Ich hab Platz frei. Okay. Benutzt den Reverser bei Batwoman. Lidoqueen lernt keine Bohnenattacken. So bringen die Flugattacken von Zubat nichts. Das Glumanda liegt im Müll. Kann alleine nichts machen. Das sind der DNA-Reverser. Zu, Queen. Und ein Schwein fehlt. Schweinehund. Ja. Stimmt, das tote Habitat könnte ich tauschen. Das sieht wie ne fliegende Wäscheklammer aus. Wo sind die Nido-Boobs denn? Wo sind meine Nido-Boobs? Ich will, dass mein Pokémon Nido-Boobs hat. Stimmt, das sind die Mini-Boobs. Oh, das sehe ich von dir ganz süß. Doch, doch, doch. Die Boobs sind da. Alles cool, alles cool. Ich nehm alles zurück. Ich hab meine Nido-Boobs. Ich hab meine Nido-Boobs. Deswegen ist alles cool. Nido-Boobs. Love it. Ey, komm. All boobs. All boobs are pretty. Super. Ich mag die kleinen Nido-Boobs. Ich hab sie nicht sofort erkannt. Aber umso mehr mag ich sie jetzt. Sting. Sonic. Hey, I like all boobs and I cannot lie. Was machen wir weg für ein Biss? Biss ist schon gut. Poison Sting. Stimmt. Den Schock kann ich ihm beibringen. Ist gut. Das ist ein guter Vorschlag. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht noch mehr Pokémon. Das mache ich schon eine Stunde länger und dann... Das wäre zu frustrierend, wenn jetzt noch mehr Pokémon draufgehen. Also, weh nur Schock. Seht ihr? Und das ist der Grund, weshalb ich nicht unbedingt wollte, dass ihr mir jetzt Custom Sprites erstellt. Ich finde es alles ganz cool. Vielen lieben Dank nochmal. Aber, ähm, ich habe Angst, wenn die Pokémon draufgehen, dann können wir die Custom Sprites vergessen. So, ich nehme mal Supersonic raus. Supersonic. Supersonic. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Ach ja, ein Pokémon liegt noch auf der Bank. Das ist Trumpmon. Nach 97 Subs bis zum 24 Stunden Stream. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, weil ich ihn einrichten soll. Wir haben ja keine Feiertage mehr, wo ich sagen kann, hey, ich mache jetzt einen 24 Stunden Stream. Von Samstag auf Sonntag machen, aber wenn ich den von Samstag auf Sonntag mache, dann muss ja Pokémon Nasslock dazwischen... Oh Gott, ich sterbe da beim Pokémon Nasslock spielen. Schlaf hier zwischendurch ein. Okay. Gehen wir nochmal die Krabbenfüße holen. Let's get some Krabbenfüße holen. Nice. Oh, der ist Boss. CRZ. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Bitteschön. Okay. 24 Stunden Live heißt nicht, dass du dabei schlafen kannst. Aber wenn ich mich dabei streame, ist das erlaubt, oder? 24 Stunden Live heißt nur 24 Stunden Live. Das heißt nicht, dass ich dabei nicht schlafen kann. Müllheim habe ich schon durchwühlt, da gab es einen Superball. So gut. Krabbenfüße holen kann ich nur eine Krabbe bringen. Let's sleep mit Wirt. Das klingt sehr verkehrt, Kusesson. Hast du schon einen Zerschneider? Ich mache mich gerade auf den Weg zum Captain und hole mir jetzt einen Zerschneider. Ich hoffe, ich habe jetzt alles da auf dem Schiff erledigt. Speichern ist nie verkehrt. Speichern ist nie verkehrt, das hatten wir heute schon mal gehabt. Ich fühle mich nicht so gut. Ich fühle mich nicht so gut. Das klingt so verkehrt, Mann. Ganz im Ernst. Ey, da kommt ein 10-Jähriger so ans Deck. Dann sag's ihm. Mir ist voll schlecht. Kein Problem. Ich massiere sie kurz am Rücken, dann geht's ihm gleich viel besser. Also, da finde ich, das haben die an der neuen Version besser gemacht. Pokémon, let's go, Pikachu und Evoli. Wo dann gesagt wird, ah, du machst Atemübungen mit dem Captain, damit es ihm besser geht. Willst du meine Cut-Technik sehen? Bitte was? Oh, ich bin 17. Stimmt. Mein Charakter ist 17 Jahre alt und kommt... Das macht's nicht besser. Ein fremder 17-Jähriger-Junge kommt dann da ins Deck und massiert den Captain. Kapitän auf hoher See. Hat alle Scheine. A, B, C. Ich hab' gesagt, wir 21. Oh, das Schiff fährt nicht ab. Hm, interessant. Come on, rub it real good. GDG. Nicht GDG. Oh, wer wird jetzt mal ein VM-Monster? Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, warte, Saitama. Saitama. Saitama hat im Moment noch keine Attacken. Kann man ja alles verlieren. Was auf der MSN passiert, bleibt auf der MSN. Fui ich gut. Ash... Ash ist nicht 15. Ash ist immer noch 10. Und seit über 20 Jahren. Ich kann VMs jederzeit verlieren. Das macht's natürlich viel interessanter. Stunt-Powder. Es kann ein Target mit Paralyzer. Kann. Ich bin nicht so sicher. 18 12 leute trainingsmontage wir gehen erst mal gucken was er für ein typ ist und da gibt es trainingsmontage also nido bad muss stärker werden lightning american zeig ich okay er gibt es schon mal scheiße aber caillou hat gute chancen mit bis es gibt eine quest in der dikterhöhle ja kein zerschneider mehr das klingt doch schon mal vielversprechend aber ich gehe erst mal pokémon ich gehe auch pokémon trainieren dabei weil es hilft einfach nicht mein bad bub ist in bad bub wenn sie bad queen klingt zu merkwürdig noch drei pokémon für die arena muss drei pokémon dann auf das gleiche level bringen würde ich sagen bad queen ist leider noch viel zu schwach nein nein bad girl gibt es ja schon bad woman gibt es auch schon dass die bad queen bad queen auf level 22 bringen und jetzt hier mal zurück den mache ich auch auf level 20 dann kriegt der bad queen den ep teiler nicht das pokémon denn wir haben noch keinen namen für dieses pokémon nennen wir das heißt es der höhle bekommst du käferbiss schweine und ach ja so ist es ja 2 und schweine und schweine und ofenkäse seit hama aber wollte tief im inneren ist es immer noch ein kapper und ich kann in gewissen städten immer noch angeln neue freunde fangen ich kämpfe nur dagegen weil ich die erfahrungspunkte jetzt ist doch lieber den kleinen gott hier es ist schon cooles pokémon muss ich sagen oder was im geschlecht hat es ja es schon gut meine lieben trainern 200.000 kanalpunkte was macht man jetzt mit den kanalpunkten butterkeks natürlich im discord mir vorschlagen was ich mit den punkten machen kann ist ja die unter kategorie verbesserungsvorschläge zum live stream kann jetzt mal vorschlagen schwebt er stimmt deswegen braucht es keine beine ich wechsle es mal gleich aus ist es werden wenn ich jetzt gleich mein schweinehund nach vorne packe dann kommt da nicht mehr hier das schweinehund oh ich will das neue dikter so war der deutsche name habe ich ganz vergessen wissen wir die ganze zeit schweinehund im kopf so wechseln wir mal die pokémon aus und wenn ihr jetzt kommt kein schweinehund mehr es kommt die ganze zeit dieser blöde bieber das video die wird morgen hochgeladen ich lade es heute hoch und dann muss ich vorne und hinten nochmal schneiden weil am anfang ist ja diese fünf minuten wartezeit die schneide ich immer mit raus weshalb es dann bei der bearbeitung immer ein bisschen länger dauert deswegen kommt das video die dann auch mal erst montag abends so vorgeworden ist immer das gleiche gewesen bro aber ich habe kein aber so was das seite ist StarCraft Schule? Meinst du Bonjour? Oh, ja, ja, ja. Bugs. Bugs für 2000. Kann keiner erlernen. Käferbiss, geht nicht. Hä, warte, ich bin nach unten gegangen, jetzt komme ich auch oben raus. Wie läuft das? Bugs. 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 Versteckte Fähigkeit. okay muss ich jetzt dann nach alabastia zurück das möchte aber bevor ich nach alabastia gehe ich kann doch in alabastia noch ein pokémon fangen dort sind die verstecken die speziellen pokémon sie noch fangen besser angeles ich muss noch material sammeln für die quest ja okay das ist jetzt ich jetzt einfach verbrennen oder was war ich habe ich habe es eben nicht ganz mitbekommen ich muss material in moria city sammeln und vertania city stimmt vertania vertania city sind ja noch sachen was soll ich da besuchen ich habe es eben nicht mitbekommen was die professoren wollte wenn die assistentin die namen leuchten gelb ok das wäre ein cooles pokémon gewesen ich gehe nochmal ich muss ja noch ein paar material muss hier noch material abholen die baustelle ich in die sachen ok holy shit es ist badass es ist ein blitz was in dem was von pokémon ist denn das das ist ein glumander das sind die glumander augen das sieht richtig aggressiv aus glumander und kaper dort das ist eine geile mischung schlag dich selbst charcarp und glurados später er ist oder garak und das wiederum sieht ja das sieht so aus müsste ich es erlösen es ist wirklich ein pokémon das erlöst werden muss es erlöst sich selbst es gibt mir das was ich brauche amoria city muss ich durch den wald laufen denn es bleibt es gibt die sind der ich könnte hier angeln aber der tipp kam schon gar nicht so schlecht ich sollte warten bis sie eine bessere angehabt dann kann ich auch bessere pokémon bekommen stimmt ja an einer seite entlang laufen äh ja da hier dieser Super Potion Trees have grown, gone, doing my abs Yes Alles klar Das finde ich so gut, dass es solche Sidequests gibt Okay, das dauert Gleich im Wald gehen Ja, ich gehe vielleicht mal gleich im Wald Ein paar Pilze sammeln Man kennt es Ich spule mal kurz vor Das dauert Bad Queen nach vorne zu trainieren Oh, das ist eine gute Idee Saitama ist der Beste Lemonade Das war's Ja Cheers Oh, ja, ja, ja Oh Gott Dieses Spiel macht schon so viel Richtiger, besser Als die Pokémon Spiele, die in Zukunft kamen Das ist, ah ja Fuckboy war das, ne Man kriegt später auch eine Taschenlampe Alter, unglaublich Oh, ich kann meine Fossilien jetzt auch abgeben, oder? Was ist das? Griekab? Was für ein Typ bist du? Griekab? Ah, Slimer ist das Hab's nicht erkannt Ja, sieht wirklich wie ein Blobfisch aus Das ist das traurigste Pokémon der Welt Ah, und was ich noch nebenbei erwähnen wollte Ich würde eventuell selber Highlight Cuts zusammenschneiden Weil einige Leute meinten ja so Ey, die können sich keine 3-4 Stunden Pokémon Let's Play anschauen Finde ich auch verständlich Und würde gerne dann Highlights zusammenschneiden Also, wenn ihr die Zeit und Muße habt Dann schreibt doch in den Kommentaren Doch Timecodes Wo die Highlights sind Womit ich eventuell dann Gleich selber dann Welche raussuche und schneide Das könnt ihr natürlich dann auf dem Discord posten Oder ihr schreibt sie direkt unter das VOD Das würde mir sehr, sehr helfen Und ich hoffe, dadurch bekommt ihr dann auch was Geiles Und ja Es ist halt so Nebenhand in Hand Alles klar Hätte ich natürlich ganz zu Anfang des Videos dies sagen sollen Okay Uff 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 Also Sunset Law Möchtest du jetzt, dass ich Offline Jetzt gerade Pokémon Nuzlocke für Rocket Beans weiter spiele Oder möchtest du, dass ich Pokémon Nuzlocke Infinite Fusion Hier bei mir auf dem Kanal spiele Also Ja, dann triffst du glaube ich auch viele andere Leute Die jetzt glaube ich eher was anderes schauen wollen Miridian Forest Okay Also mach dich locker du Mankey Ich spiele das jetzt Hm Ja, ich habe genug was hier 20 Uhr Habe ich kann hier noch angeben Ah, ich kann nochmal nur eins abgeben Mankey ist auch keine Beleidigung Mankey ist einfach nur eine Bezeichnung für bestimmte Gruppen In einem gewissen Chat Ich gehe ins Hotel in Schlafentag Ja, das ist eine gute Idee, aber ich könnte erstmal in Miridian Forest gehen Und gucken was da los abgeht Das ist ja mal ein interessantes Pokémon Ja Ich bin es doch Ich bin es ja Und dann Aber ich bin ich Ich bin es ja Und dann Ich bin es ja glücklicher genommen das ist auch sehr praktisch pipi ab benutzt auch das item für da hast du recht ließen das item noch mal ist wahrscheinlich so ein schlüssel item da ist die schere scherselektet ich kann es gar nicht um kurz machen also ich glaube ich benutze automatisch die schere sobald ich ein pokémon habe also kein pokémon habe das zerschneider kann oder okay dann bringt es ja nichts dass ich jetzt das ausrüsten möchte schon für 15k Baum-Mushroom ok Leute wir stehen kurz davor dass der Stream zu Ende... oh Gott der Stream gleich endet ich werde den Stream gleich noch banden 19 Uhr weil ich glaube nicht dass jetzt irgendwie noch mal 20 Subs reinkommen wo du sagst hey mach noch eine Stunde weil 20 Subs würde ich sagen okay dann kann man ja noch eine Stunde machen aber ich glaube nicht also ich möchte euch jetzt nicht dazu das hätte ich gern gehabt deswegen wenn ich noch mal 10 Subs gehen... ne 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 vorhin waren 10 Subs eine halbe Stunde also 10 Subs eine halbe Stunde 20 Subs eine ganze Stunde ist ganz schön teuer ich bin nicht billig man muss seinen Preis kennen nicht unterm Wert verkaufen kommt dann Dark Souls nachher... ey ganz im Ernst mit dem Chat den ich damals hatte bei Dark Souls spiel ich nie wieder Dark Souls wenn selbst ein Mod sich gegen mich stellt äh das war schon... das war schon happig damals was ist das ich weiß nur es muss verbrannt werden es ist ein Ditto und das Waifu Pokémon ich hab grad gut Kohle gemacht... hab grad einen geilen Pilz angesammelt... oh ja der ist super teuer ne... ein Balm-Mashroom... zwei geile... zwei große in einem Balm... dann hat der Mod seine Arbeit nicht verstanden... hat er auch nicht... das ist das... der war danach auch nicht mehr mein Mod... mit Pilzen Geld verdienen... mhm... mhm... ihr habt es alle verstanden... mhm... 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 ich hab das passende Pokémon hier vorne... es spuckt Feuer... mit werfs Flammen... aber Teamkampf... Der gute alte Ofenkäse, könnte ja auch was machen. Meine Hund, wenn es 20 ist, dann kriegt es. Jetzt bei 24 Stunden Session auch mehrere Stunden Nasslock. Boah, das weiß ich gar nicht. Ich muss mal gucken, ne? Also wenn es von 24 Stunden von Samstag auf Sonntag geht, dann spüre ich wieder irgendwie reguläre Zeit, 15 Uhr, dann wieder Pokémon Nasslock. Dann wird das dann das Finale sein, wie ich dann verschlafen Pokémon spiele. Swaggy, wie sie aussehen. Mit 20. Ja, Ofenkäse ist noch ein bisschen schwach, ne? Aber Ofenkäse müsstest du es schaffen, oder? Ofenkäse ist ja recht tanky. Oh, schon stark. Alter, jetzt kommt er mit kritischen Treffern an. Der Ofenkäse ist ja recht tanky. Ich hoffe, die Schnecke anzufassen. Ich hoffe, die Schnecke anzufassen. Und ein Tränkchen. Energiefokus. Der Brennbibor. Aber man soll ja keine Bienen angreifen. Gibt es doch kaum noch. Das sind doch Hornissen. Ah, die sind blöd. Ja, ja, gut. Hornissen und Wespen sind blöd. Stimmt. Aber alle Tiere sind wichtig. Sieht so aus, als würden die Beebos gerade den Gangnam Style tanzen. Ich weiß nicht warum, aber das sieht so aus. Okay, Hornissen sind doch wichtig und gut. Dann dürfen wir sie natürlich auch am Leben lassen. Oder sollten wir sie am Leben lassen. Ich habe ein schlechtes Gefühl mit dem Ofenkäse. Wir fressen schlecht miteinander. Wir fressen auch fest. Na gut. Na gut, dann sind die einzigen blöden Tiere tatsächlich Mücken, oder? Zecken. Zecken sind blöd. Das stimmt. Spülen wir die weg. Nice. This is the way. Na gut, einigen wir uns darauf. Es sind doch alle Tiere hilfreich und nützlich. Auch blöde Insekten. Was ist das? Oh, das Löw. Name ist ein User für einen Ghost-Type. Ne, brauche ich nicht. Hm, das ist eine gute Frage. Das ist ein Static Encounter. Das stimmt. Static Pokémon darf ich ja fangen. Ich fange es jetzt. Gut, dass du es sagst, ich bin nicht darauf gekommen. Und ein B? Das bringt er sich noch selbst um. Einschläfern, ja, aber ich muss das... Ah, hast du eine Attacke, die nicht tötet? Nein, dann muss ich dich austauschen. Arbeit. Netzball, ich habe glaube ich kein Netzball gehabt. Das macht das schon. Kann ich umbringen? Ey, nicht dein Ernst. Das war ein Job. Verdammt! Ich hätte B-Boss haben können. Was ist das für eine geheime Basis? Professor Waifu, was ist hier los? Bärenstein? Mhm. Können wir damit jetzt Dinosaurier wecken? Haben sie noch mehr von diesem Bärenstein? Nein. Okay, dann gehe ich mich kurz hinlegen. Und dann holen wir das Pokémon, dann fusionieren wir die Fassilien. Komm, das wäre cool, oder? Fassilien von Fokus fusionieren und dann ist Feierabend. 50 Poki-Dollar. Wir schlafen 24 Stunden. Herkules, was hast du getan? Was hast du getan? Warum hast du diese Person einen Timeout gegeben? Was? Ich muss auf die andere Seite. Kann ich über die Theke springen? Auf der Bank. Oh, ich habe eine schwarze Flöte bekommen. Ich habe vorhin beim Randomizen Legendaries und Statics nicht auf Random gemacht. Ich glaube, das war dann... Ich weiß gar nicht, wie ich es machen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich es beim letzten Mal hatte. Sagen wir es mal so. Es ist keine Absicht. Es war einfach Ahnungslosigkeit. Lass mal kurz verstauen. Dann hol ich euch wieder. Dann können wir die Fossilien wiederbeleben. Genau. Ich werde jetzt alle drei Fossilien wiederbeleben und dann gucken wir, ob wir mal welche kreuzen. Was? So. Amber. Also... Okay. Ich will nochmal schnell schwimmen. Legendary of Random ist doof. Ja, dann werde ich das jetzt oder gleich nochmal ändern. Ich kann es ja jetzt nochmal ändern. Legendaries. Dankeschön. Gute Nacht. Grüß dich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin es nervös. Ich habe meinen Escape-Tast ist wieder abgeflogen. Was haben wir zum Running-Gag? Ey. No Escape. Ja. Also Legendaries sollten schon static bleiben, ne? die Schaffel-Wild-Pokemon. Oh man. Das ist immer viel zu spät. Mass on. Static encounters off. Okay, warte. Was mit der Menüführung? ist immer noch nicht perfekt ja das kommt viel zu spät da drücke ich immer schon auf enter um weiter zu kommen natürlich check randomizer settings reshuffle wild pokémon so um sets range as a settings und tipps brand meister nein das hier auch nein random als legendary and static encounters das wollen wir nicht machen wir blasen die so wie die sind mutter ist dort wo mutter zu finden ist das gleiche gilt auch für die vögel macht ja ja oder nein jetzt bin ich jetzt kommt ja durcheinander was wollte ich eigentlich haben was ist eigentlich die bessere wahl nein ist nicht muss nicht ja jetzt lieber random ja leon jetzt nicht jetzt nicht fusions я ach man ey dieses jahr nein warte ich muss nochmal einstellen ich hasse diesen randomizer settings das ist einfach ja und nein und einfach verschoben ja ja und halb ja ja so random als legendaries in static encounters das haben wir eine umfrage machen ich bin mir da gerade echt nicht sicher weil es ist ich kann ein bisschen durcheinander was ja ja sehr unschlüssig voll legendary random legendary jada nein ich gucke jetzt mal nach ihr habt jetzt sofort die zeit zu voten ich gebe euch eine minute ich überziehe hier gerade schon also für mich ist es deine entscheidung ich bin mir unschlüssig deswegen lasse ich jetzt mal mich von euren eurem volt inspirieren legend random legendary ihr seid euch auch sehr unschlüssig es ist gerade 10 9 51 zu 47 prozent immer schön weiter jetzt ist es bei 50 50 genau bei 50 50 angekommen es schwankt die ganze zeit hin und her es ist unglaublich ja jetzt pendelt es sich langsam ein es wird langsam immer mehr zu ja und weniger zu nein also wir sind jetzt bei 63 prozent ja und nein jetzt sind wir bei 58 jetzt macht ihr gerade mit absicht nach eben wart ihr nicht so feuer und flamme mit dem voten und jetzt ist es halt die show ne wenn du mich ich lass es jetzt wenn du mal legendaries ja überwiegend wird auch ja gesagt ich mache ich dann auch ja random als regular pokemon to fusions ja na das machen wir auch trock mal 10 time an oder 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 ich hoffe wild pokemon ich abstürze nicht jedes mal wenn es kurz stehen bleibt denke ich immer es stürzt gleich ab sehr schön das haben wir jetzt auch erledigt jetzt noch schnell schlafen gehen und das pokémon dann noch holen dann wird wieder das wird das letzte pokémon des tages fusioniert und dann ist auch feierabend heute das ist jetzt auch schon sehr sehr spät nein sechs stunden reichen nicht ich wünschte ich könnte im echten leben auch aber angeben wie lange ich schlafen möchte und dann schlafe ich halt auf diese stunden war wieder sehr cool ja das war das war diese folge hatte up and downs das glaubt ihr nicht also ich stand schon kurz davor die folge einfach mal zu beenden mittendrin was ist das denn jetzt abgegeben diese woche muss trainiert werden das ist immer interessant so was habe ich denn jetzt hier ich habe amonitas und ich habe was bist du denn was zum teufel bist du also amonitas kenne ich ja ja halt und bro fusionieren wir die was haben wir denn also laut helix muss hier fusioniert werden gras wasser gras gras gestein ihr könnt ja mal diskutieren was daraus fusioniert wird aber ich gehe erst mal hier allerdings holen dna spleiser das ist das pokémon es ist sinnvoll ich habe noch nicht so viele pflanzen pokémon da wir nur seit haben das pflanzen pokémon das ist ein käfer pokémon also machen wir also machen wir körper und kopf amonitas oder körper amonitas und kopf lieb wie steht ihr dazu was machen wir ich bin sehr unschlüssig kopf amonitas pflanze was ich will lieber pflanze am wasser habe ich ja schon der theoretisch schon ofenkäse ist ja feuer und wasser und seit hamer hier kann ich ja auch wasser kopf amonitas ok das hier ist es ne ok letzte fusion des tages leute ich bin echt gespannt ich weiß nicht was mich erwartet bei dem ich habe angst ich habe auch angst zu das ist ein kinder spielzeug aus den 90ern aus dieses pokémon es leidet diese riesigen augen jetzt macht es einfach nur fertig mich fertig wasser krass ist eigentlich wasser krass ist eigentlich die ability shell armor oder section caps das ist einfach falsch rum das tattel das ist ein meter groß ist schon creepy der goldene keg ist einfach nur lord ich nenne ihn einfach lord ja 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 ich bin lord also mit e am ende lord wurzel lord root i am root oder dreadlocks sind der hammer ihr kommt wieder mit die vogelfrau es macht mich so fertig dass die jetzt eine wäsche klammer ist roll cup rootlord rootlord gefällt mir machen nennen wir das ding so rootlord geil nur level 1 ja mal schauen vielleicht wird ja noch was draus so alles klar dann würde ich sagen war es das auch erstmal für heute vielen lieben dank dass sie alle eingeschaltet haben und so viele leute heute dabei waren es war ein fest es gab da ab es gab downs ich weiß auch nicht ich das ist eine eine folge mit sehr sehr vielen gefühls ausbrüchen gewesen es tut mir an dieser stelle leid dass ich sehr emotional war aber es hat trotzdem sehr viel spaß gemacht mich würde es natürlich freuen wenn ihr euch dann nach dass wir die anschaut so oder zumindest euch dann dort kommentare hinterlassen und wie gesagt schreibt einen kurz rein von highlights den euch gefallen und wenn ihr gerade hier neu eingeschaltet habt auf ausrufezeichen youtube kommt ihr dann auf mein vod channel da könnt ihr die letzten folgen pokémon infinite fusion im naslog modus noch mal anschauen ist ganz witzig ist ganz schön erzählt euren freunden davon ne ein bisschen mundpropaganda wir machen den channel groß wir machen diesen channel groß den live channel groß wir machen den youtube channel groß und vielleicht kann ich dann auch mehr dazu machen also steigen die zahlen steigt die muse so funktioniert es halt also wenn ihr euch sei vielen lieben dank dass ihr da wart auf social media at pixel wird findet ihr dann neue informationen wann das nächste pokémon infinite fusion naslog weitergehen soll ist meistens sonntag wird immer sonntag sein 15 uhr 21 uhr nächste woche wahrscheinlich wieder 15 uhr und schaltet ihr alle ein wir reden jetzt kurz noch bekannte und dann war es das dann auch seid nett seid gesund wir sind spätestens in dieser konstellation mit pokémon infinite fusion nächste woche wieder dabei ansonsten in der woche werde ich auch wieder ein paar sachen zocken schaut einfach mal rein vielleicht gefällt es euch ja also steigt alle den raid ein sagt der person halt kurz hallo es geht haut die emotes raus und vielen lieben dank für die ganzen subs und neuen follower wir sehen uns bald wieder bis zum nächsten mal ich bin's und b b b Bis zum nächsten Mal.